Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie schon vor langer Zeit angekündigt, gibt es jetzt endlich mein Monatsupdate für die Monate Mai und Juni. Insgesamt sind 21 neue Sachen dazugekommen und dazu sehen wir uns gleich wieder. Trotz des verhältnismäßig langen Zeitraums habe ich leider doch nicht geschafft, alles zu lesen. Aber das Allermeiste betrifft dann leider meistens solche Bände mit, also Sammelbände mit mehreren Einzelbänden. Dafür nimmt man sich dann manchmal doch nicht so die Zeit und ich hoffe, dass ich die noch nachholen kann, weil jetzt natürlich auch schon die nächsten Neuheiten hier in den Startlöchern stehen. Aber fangen wir erstmal an. Ja, wie gesagt, ich habe einige von den Sachen, es ist jetzt wirklich schon sehr lange her, dass ich die gelesen habe, aber ich hoffe, ich kann das noch einigermaßen gut rekapitulieren, was passiert ist. Als erstes fangen wir wieder an mit Carlson und dem zweiten Sammelband von Tokyo Revengers. Ich glaube, das war der allererste Manga, den ich überhaupt aus dieser Ausbeute hier gelesen habe. Hier ist es natürlich so, dass das erste Ziel von Takemichi war ja noch, dass er halt verhindern möchte, dass das Draken bei diesem Gangstreit stirbt und ja, dass die Tokyo Manji Gang nicht weiter auseinander driftet und sich halt in noch unschönere Richtungen entwickelt. Und ja, bei diesem, also Takemichi ist sich immer relativ sicher, dass er das alles gut geschafft hat, bis es dann tatsächlich dazu kommt, dass dieser Streit dann stattfindet und Draken dabei verletzt wird. Aber Spoiler an dieser Stelle, Draken wird zwar relativ schwer verletzt, aber Takemichi hat es durch sein Eingreifen immerhin geschafft, dass er nicht stirbt. Und dann ist er am Ende des Bandes wieder zurück in seiner Zeit und hat jetzt gedacht, er hat alles geschafft und ja, Hina ist am Leben und alles super. Bis er feststellt, ja, Hina ist am Leben. Es stellt sie ein bisschen das Problem, dass Hina, also die haben sich ja dann zu der Zeit ewig lange nicht mehr gesehen. Das heißt, für ihn da anzuknüpfen und einfach zu zeigen, dass er in sie verliebt ist, ist auch schwierig. Aber er stellt dann fest, das ist nicht die einzige Gefahr, die Hina droht. Und ja, am Ende gibt es dann nochmal einen ziemlichen Plottwist. Und der führt dazu, dass Takemichi sich ein neues Ziel setzt. Und zwar nicht mehr nur sozusagen einfach Mitglied der Tokio Manchegang zu werden, sondern deren Anführer. Und ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie es hier weitergeht. War ein super toller Band, also macht immer ganz, ganz viel Laune, die Serie zu lesen. Die ist super toll geschrieben, sehr, sehr interessant, auch die einzelnen Charaktere. Und ich finde die halt, ich finde die wirklich richtig klasse, die gefällt mir wirklich sehr gut. Und dann sind wir beim nächsten Band, auch von Carlson, haben wir Ran und die Graue Welt Band Nummer 2. Fand ich auch wieder wirklich ein toller Band. Also mir gefällt die Serie, ich finde dieses Magische, finde ich wirklich super. Die Charaktere sind alle so abgedreht und verrückt, dass es einfach, also man kann ja die Serie auch nicht so ernst nehmen. Und das sollte man dann vielleicht auch nicht tun. Aber diese magische Welt, die finde ich halt voll schön und voll interessant. Und ja, das ist jetzt so, dass Rans Mutter hat ihr ja eine Magielehrerin geschickt, die Ran allerdings nicht so viel beibringt. Dann gibt es noch ein paar Sachen so zwischen Ran und Otaro, die sind natürlich wieder so ein kleines bisschen, weil er wird natürlich ja schon ein bisschen zudringlicher. Und ja, sie ist halt ja eigentlich noch nicht so alt, wie sie aussieht. Und dann geht es darum, dass ein Toteninsekt, also Rans Mutter ist ja diese unglaublich mächtige Hexe und die bewacht halt in dieser Welt sozusagen diesen Zugang, also zu einer anderen Welt oder zur Welt der Toten. Dass da halt keine Wesen in die reale, normale Welt fliehen können und dort irgendwie Chaos und Unheil anrichten. Und ein Toteninsekt kann dann aber fliehen und da muss halt eine Delegation gerufen werden. Da gehört, glaube ich, auch, das war auch, da gehört Rans Vater dazu, die halt dieses Toteninsekt jagen. Was sich allerdings dann noch, auch hier ein bisschen Spoiler, was sich dann noch irgendwie in Otaro einnistet. Und was für Konsequenzen das noch auf seine ohnehin schon nicht besonders gute Psyche hat und seinen Charakter. Da sind wir auf jeden Fall noch gespannt. Dann ist es so, Ran vermisst ja ihre Mutter ganz, ganz sehr. Und die hat aber schon Vorkehrungen unvernommen, um halt ja dieses Grenzreich so gestärkt zurückzulassen, dass sie halt da nicht selber immer präsent sein muss, sondern halt auch ein bisschen mehr für ihre Tochter da sein kann. Und eigentlich ist das alles ein sehr kurzer Zeitraum, aber wir sind gespannt, was hier noch passiert, weil hier wird es auf jeden Fall noch weitere Konflikte geben, die sich jetzt aus diesem neuen Szenario halt, ja, ergeben. Ich fand den Band, wie gesagt, wieder super. Ich finde diese Reihe einfach toll. Die hat eine ganz andere Stimmung, als man normalerweise so zu lesen bekommt. Ich finde die sehr speziell, sehr einzigartig und ja, für mich halt, wie gesagt, super, super ansprechend und sehr, sehr toll gemacht. Der Zeichenstil ist natürlich auch wunderschön. Und dann sind wir beim letzten Band für Carlson. Den habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gelesen. Und das ist der vierte Band von Yu-Gi-Oh! Der landet dann gleich auf meinem Lesestapel. Hier natürlich auch vor ein paar Tagen mit der sehr, sehr traurigen Nachricht, dass der Mangaka Kasuki Takahashi leider von uns gegangen ist. 60 Jahre alt, ist ja auch wirklich eigentlich noch kein Alter. Und ja, natürlich eine sehr, sehr, sehr traurige Sache. Wenn Yu-Gi-Oh! wirklich eine Serie, die sehr viele Leute begleitet hat, mich inklusive, also von der Anime-Fassung oder von der Manga-Fassung her, die viele Generationen irgendwie geprägt hat. Und auf jeden Fall eine der ganz großen, auch irgendwie wichtigen und bekannten Geschichten insgesamt so der Manga-Historie ist. Und deswegen, ja, sehr, sehr, sehr traurig. Und ja, bei dem Band muss ich noch lesen. Da kommt ja jetzt, glaube ich, auch schon der nächste in dem Monat. Also wenn ich dann sechs Bände da im Rückstand bin, uh, dann wird es schwierig. Dann sind wir bei dem einzigen Manga von Hayabusa, der dazu gekommen ist. Und das ist der zweite Band von Birds of Shangri-La. Der hat mir auch wieder ziemlich gut gefallen. Hier muss ich jetzt ganz sehr gucken beim Reinblättern. Da kann ich nur exemplarisch etwas zeigen. Es geht ja darum, dass, also in dem Band ging es darum, dass wir mehr zu der Vergangenheit von Vieh erfahren haben. Also es geht ja um diese Insel im Paradies sozusagen, wo ein sehr hochklassiges Etablissement, Liebestempel da steht. Und ja, unser Protagonist ist ja eigentlich hetero, aber der soll halt so als Anheize für die dort Arbeitenden halt, ähm, ja, arbeiten. Und da gibt es halt diesen einen speziellen Liebesdiener, zu dem er sich so ein bisschen auch, ja, hingezogen fühlt. Oder beziehungsweise der ihn auch nicht in Ruhe lässt. Und da, ähm, ja, immer ein bisschen mehr von ihm fordert, als er eigentlich geben darf. Ähm, aber war eine coole Geschichte. Also hier ja auch, äh, durchaus mit so ein bisschen Sozialkritik. Ähm, weil, und, also diese eine Liebesdiener, Fide, ist ja in sehr, ähm, der war ja als Straßenjunge dort sozusagen aufgewachsen, in sehr schwierigen Verhältnissen. Und damit ist es nicht nur so eine komplette 0815-Geschichte, sondern hat schon auch mal ein paar neue Elemente. Der Zeichenstil von Ranmaru Saria natürlich recht eigen. Ähm, aber wenn man, wenn einem das gefällt, dann hat man hier sicherlich eine Geschichte, die, äh, zwar sehr, auch sehr viel andere Inhalte, aber doch auch recht viel Text und, äh, Erzählung und Hintergrund, ähm, bereithält. Und, äh, ja, also ich finde die cool. Also mir gefällt die ganz gut. Oder eigentlich ziemlich gut. Ähm, ich finde die schmissig geschrieben. Ist eine, eine schöne Serie für zwischendurch. Und, ja, auf jeden Fall eine der Beuslauf-Serien, die ich mir empfehlen würde. Und dann sind wir bei dem einzigen Mangel von Egmund. Und eine Beuslauf-Serie, die ich sehr empfehlen würde, wie immer. Und das ist der zweite Band von Therapy Game Re. Der war auch wieder, äh, super. Da geht's halt jetzt darum, wie sich halt diese Beziehung zwischen den beiden halt verfestigt. Und Chizuma möchte halt mit Minato zusammenziehen. Minato aber natürlich so mit seiner, ja, so ein bisschen, äh, Sozialphobie. Oder, äh, ja, der sich halt immer nicht, nicht binden möchte so an seine Partner. Ähm, ähm, aber ist recht schnell eigentlich bereit, diesen Schritt zu gehen. Auch wenn das für ihn eher untypisch ist. Äh, wird allerdings dann immer mal wieder, ähm, muss sich ein bisschen in Geduld üben. Da Chizuma in seiner neuen Position mit seiner neuen Klinikchefin halt auch so die ein oder anderen Probleme hat. Und, ähm, da Minato leider bei ihrer Wohnungsbesichtigung versetzt. Aber er ist gar nicht so sauer, wie man das glauben könnte. Weil er eben auch reflektiert und gelernt hat, dass es halt ja auch wichtig ist, dass Chizuma in seinem Job vorankommt. Und beiden haben halt wirklich eine schöne Beziehung. Super, äh, interessant geschrieben. Auch, ja, halt schöne Hintergründe. Auch sonst eine schöne Geschichte halt um Chizuma so und seine, äh, Tierarztpraxis. Chizumas Chefin ist ja auch so eine Frau, die nicht gut mit anderen Menschen kann. Mit den Tieren zwar schon. Sie ist ja, sie ist ja, macht ja ihren Job sehr, sehr gut. Aber sie kann halt nicht so gut mit den Haustierbesitzern umgehen. Und da hilft ihr Chizuma mit seiner Art natürlich auch ein bisschen aus. Und, ähm, da sind wir aber gespannt, ob sich da ein neuer, neuer Konfliktherd anbahnt. Weil sie ist von Chizuma vielleicht ein bisschen mehr angetan, als sie das sein sollte. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob es darauf hinausläuft. Aber auf jeden Fall irgendwas ist da im Busch. Und, ja, auf jeden Fall eine super Serie. Und ich kann die ganzen Sachen von, ähm, Meguro Hinohara alle nur empfehlen. Die sind alle wirklich gut. Dann sind wir bei Tokio Pop und da habe ich leider den ersten Band auch noch nicht gelesen. Und das ist Fushigi Yugi Band Nummer 2. Äh, da bin ich auch mal sehr gespannt. Wie gesagt, es hat leider, leider bei den Mehrbändern, habe ich es leider nicht mehr geschafft, alle zu lesen. Aber ich bin sehr, auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin sehr angetan von der Geschichte. Ich fand, die, die ließ sich wirklich super flüssig lesen im ersten Band. Und hat viel Humor und aber auch ganz gute Fantasy-Elemente. Und, ja, eine Geschichte, die sich selber nicht so, nicht nur zu ernst nimmt, aber halt auch trotzdem spannend und gut erzählt ist. Und deswegen eigentlich auch eine Empfehlung. Und ich bin sehr gespannt, wie mir der zweite dann gefällt, wenn ich den, äh, wenn ich dazu komme, den zu lesen. Und ein Band, den ich gelesen habe, ist der dritte Band von Cold Game. Den fand ich auch sehr, sehr cool. Also, der hat diese kompromisslose, diese kompromisslose Seite der ersten beiden Bände wieder mit Bravour fortgeführt. Ähm, da haben wir jetzt die Hintergrundgeschichte von Arthur so ein bisschen kennengelernt. Und wie er halt, ähm, ja, wie sich halt bei ihm diese Persönlichkeit entwickelt hat. Diese, ja, also sehr, sehr kompromisslose und, ja, also wirklich sehr, sehr Abgehärtete. Weil es war so, also er war eigentlich, ähm, er ist ja so der zweite Sohn in dieser Linie, aber von einer anderen Königin gewesen. Und hat halt immer geglaubt, dass sein großer Bruder, der damals halt König werden sollte, ähm, dass der total, ja, ihn total liebt. Und, ähm, dass die trotzdem, obwohl die halt nicht dieselbe Mutter haben, ein total gutes Verhältnis haben. Arthur war ja auch mal, also ein ganz, ganz netter Junge. Und dann ist aber so viel davor gefallen zu dieser Zeit. Hat ihn halt total abhärten lassen und irgendwie grausam und kaltherzig gemacht. Oder zumindest konnte er das halt nicht vergessen, wie hässlich die Menschen sind. Und, ähm, ja, das auf jeden Fall zu seiner Geschichte, die ich sehr interessant fand. Dann haben wir das auch gesehen, dass, äh, Alna mal die aktuelle wahre Natur ihrer Zofe halt gesehen hat. Und sie versucht ja immer noch für beide so das, das Beste rauszuholen. Aber ihr wird schon bewusst, dass sich die beiden halt immer mehr voneinander entfremden. Und dass es halt immer schwieriger wird. Deswegen möchte halt Alna versuchen, ähm, stärker zu werden. Aber, äh, man hat schon in der Vorschau gesehen, dass es möglicherweise auf einen weiteren großen Plottwist hinausläuft. Und, ja, da bin ich mal sehr gespannt. Eben, weil die Geschichte ist wirklich, wirklich, finde ich sehr cool. Die ist super kompromisslos. Also, ähm, wirklich eine tolle History-Fantasy, die ich nur empfehlen kann. Die vielleicht so ein bisschen unter dem Radar läuft. Aber, also, ich finde die richtig klasse. Mir gefällt die wirklich gut. Weil die halt wirklich, die ist ziemlich brutal, äh, sehr, sehr schonungslos. Aber auch, ja, wirklich sehr interessant erzählt. Und scheut sich eben nicht halt wirklich auch mal so die hässlichen Seiten zu zeigen. Und weiter geht's mit den Sachen von Kaze. Da habe ich zwei Neuheiten. Und zwar zum ersten, den vierten Band von Blue Lock. Da hat ja jetzt dieses Endspiel sozusagen angefangen, das erste Endspiel im ersten Block zwischen dem Team Z und Team V. Wo man ja gedacht hat, also Team V hat ja bis jetzt alle Spiele gewonnen. Immer haushoch. Und das war, es ist wirklich nicht so einfach, ähm, für Team Z hier zu bestehen. Und die verlassen sich dann auf die, die sozusagen gehen dann weg von dieser Team-Strategie, die sie halt als Team gewinnen, sondern, dass sie Team V nur mit ihren individuellen Fähigkeiten schlagen können. Halt mit ihrer jeweiligen individuellen Kompetenz und Klasse. Und da gelingt es ihnen dann auch erstmal, ja, ein Tor zu schießen. Dann allerdings kommt Team V halt zurück, weil sie sich das erste Mal so wirklich herausgefordert fühlen. Und, ähm, ja, da sieht es dann eigentlich schon schlecht aus. Aber mithilfe eben dieser, dieser individuellen Fähigkeiten schaffen sie es halt am Ende des Bandes auszugleichen. Und, ja, in dem nächsten Band wird es dann darum gehen, wie dieses Spiel halt endet. War auf jeden Fall auch wieder ein cooler Band. Also mir gefallen die eigentlich ziemlich gut wirklich. Also dafür, dass es halt doch eine Serie mit Sportfokus ist und dann auch noch so ein Thema wie Fußball, ähm, finde ich die schon sehr interessant zu lesen. Und, also, man will auf jeden Fall immer wissen, wie es weitergeht. Man fiebert total mit. Und, also, ist eigentlich sehr interessiert an dieser Geschichte, finde ich zumindest. Und deswegen lese ich die auch auf jeden Fall weiter. Ich kann, Spoiler, schon sagen, dass im nächsten Update der fünfte Band mit dem Schuber dabei sein wird. Wo ich allerdings, ich habe den noch nicht gelesen. Ich habe halt, wie gesagt, ich habe ja hier noch Sachen, die ich auch noch nicht in dem Monat gelesen habe. Die sind als erstes dran. Und deswegen hoffe ich, dass ich überhaupt soweit komme, dass ich im fünften, äh, dass ich für den nächsten Monat überhaupt Titel habe, die ich dann schon gelesen habe, wenn ich die vorstelle. Aber ja, ich gebe mein Bestes. Dann sind wir bei Beastars Nummer 18. Das war auch ein ganz interessanter Band, obwohl es halt schon irgendwie mehr ein Zwischenband war. Der aber doch wieder ein paar interessante Sachen erklärt hat. Ähm, Legoshi hat jetzt erst mal so wieder Zuflucht gefunden in der Schule. Und da hat er jetzt mal die ganzen alten Leute wieder getroffen, also seine ganzen alten Freunde und Bekannte. Und sieht halt jetzt, wie die sich verändert haben in dieser Zeit. Zum Beispiel Bill, der ja halt irgendwie, ja, schon so, so kompromisslos und, ja, auch eher eine schlechte Persönlichkeit hatte. Ist halt irgendwie reifer geworden und erwachsener. Und versucht sich jetzt halt irgendwie mehr, mehr, ähm, sozusagen anzupassen. Und auch mehr als, als Führungsfigur voranzugehen. Auf der anderen Seite haben wir halt gelernt, dass irgendwie diese Elite dieser Schule besteht nur noch aus Hunden. Also, ähm, weder jetzt komplett sozusagen die Pflanzenfresser oder die Fleischfresser, sondern halt nur die vom Menschen gezüchteten Kreaturen halt vor. Also, das geht immer, das sind ja dann viele Millionen Jahre sozusagen vorher. Ähm, die sind halt diejenigen, die durch ihre Intelligenz und Lernfähigkeit dann halt dieses System irgendwie steuern. Fand ich auch sehr interessant. Und dann haben wir noch einen Ausflug von, äh, Legoshi und Louis auf dem Schwarzmarkt, wo Louis alte Bekannte wieder getroffen hat. Er sollte ja ursprünglich halt dort mal sozusagen als, ja, als Lebensfutter verkauft werden. Und diese, diese, ähm, anderen Kinder, mit denen er da halt eingeschlossen war, die leben auch noch und haben sich halt selber irgendwie so, so das Kämpfen und Überleben beigebracht. Und das ist sehr interessant, weil diese Personen werden irgendwie auch so zu, ja, Legoshis weiteren Lehrmeistern. Und, ja, war auf jeden Fall auch wieder ein ziemlich guter Band. Ich bin mal, weil, wie gesagt, dieser geht ja jetzt auch Richtung Ende. Ähm, es geht sicherlich jetzt abschließend irgendwie um diesen, nennen wir es mal Endkampf gegen Mellon. Ähm, und bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was sich da noch ergibt. Dann haben wir außerdem auch schon den dritten Band von Frieren nach dem Ende der Reise. Da ging es am Anfang, hat auch wieder mit Kämpfen gestartet. Und zwar mit dem Kampf gegen diese Dämonen, wo unsere drei, ähm, Protagonisten halt jeweils ihre individuellen Fähigkeiten zeigen mussten. Und dann der Abschlusskampf von Frieren gegen Aura, wo sie alle, die alle erst gedacht haben, die Dämonen, hm. Äh, was hat eine Frieren, die lag irgendwie die letzten tausend Jahre nur auf der faulen Haut, weil ihre, ihre, ähm, magische Kraft und beziehungsweise ihre magische Aura, die es umgibt, halt relativ, äh, so gering ist. Aber sie kann halt ihre magischen Fähigkeiten unterdrücken und ist halt viel, viel, viel stärker wie alle anderen. Und, ähm, ja, kann einen kurzen Prozess machen. Und dann rekrutieren sie eigentlich auch noch einen, einen neuen, äh, Gefährten, der sie begleiten soll auf ihrer Reise. Und war auch wieder ein sehr, sehr cooler Band. Ich finde die, die ganze Stimmung in dem Manga halt total cool. Mir gefällt der Frieren als Hauptcharakter total gut, weil die halt mega abgebrüht ist, aber auch super stark. Also eigentlich so ein bisschen wie bei, bei Solo-Leveling. Ähm, und, ja, also gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und wie sie halt immer so ihre kleinen Scharmützelchen, wie sie, ja, so ein bisschen versucht, menschlicher zu sein, aber dann halt auch irgendwie nicht wirklich versteht, was das bedeutet. Also, war aber ein toller, toller Band und finde die Serie hervorragend. Ist eine tolle High-Fantasy-Serie. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Dann haben wir außerdem noch den dritten Band. Habe ich übrigens schon mal gesagt, dass wir jetzt bei Ultraverse sind, dann, äh, hole ich das jetzt noch nach. Ähm, den dritten Band von Tokyo Aliens. Wie erwartet im letzten Band eigentlich natürlich, es konnte ja nicht sein, dass Cho hier irgendwie stirbt. Äh, hat er auch nicht. Spoiler. Nee, äh, war ja zu erwarten. Und, äh, wir stellen halt fest, Cho hat halt irgendwie super Regenerationskräfte. Als vor vielen Jahren einmal seine Schwester angefallen wurde von einem Alien, hat er halt diese Kräfte übernommen. Und er ist seitdem kein, man könnte sagen, kein normaler Mensch mehr. Und das macht ihm ziemlich zu schaffen. Gerade, weil die Organisation Cho halt damit immer irgendwie behandelt hat. Als wäre er irgendwie nur eine Waffe und hätte keine Emotionen. Und Akira findet das natürlich überhaupt nicht in Ordnung, äh, das so zu sehen. Und er ist halt irgendwie der Erste, der Cho das auch begreiflich macht, dass er halt für sich selbst einstehen muss. Und Cho auf der anderen Seite verspricht dann Akira, dass er ihm das Leben retten wird. Und ich bin sehr gespannt, was, was hier, äh, sich noch ergeben wird. Weil man hat doch immer ganz interessante Rückblicke, beziehungsweise so Rückblenden, was die einzelnen Figuren schon wissen von dieser Geschichte. Äh, manche anderen aber noch nicht. Und, äh, ich hoffe nur, der Manga ist nicht zu überfrachtet mit so verschiedenen, äh, Gott, vielen verschiedenen Elementen so rum. Ähm, weil wir haben jetzt natürlich schon, wir haben jetzt Aliens, Super-Regeneration, zukünftige Welt irgendwie. Wie, äh, ja, so Monster-Dämonen-Mutation. Ähm, und jetzt auch noch Zeitreisen. Und damit, finde ich, ist das schon, es gibt, ich bin mir, ich hoffe, die Serie fokussiert sich irgendwann auf eine Sache. Weil also dann jetzt noch, ähm, hat man eh schon diese komische Verbindung zwischen Akira und diesem, diesem Alien. Und dann kann jetzt auch, hat die Show irgendwie schon irgendwie Erkenntnisse aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft, äh, die, die hier noch nicht passiert sind. Das, äh, hoffe ich, das sind ein bisschen viele Motive auf einmal. Also, äh, ja, wie gesagt, ich hoffe, die Serie bleibt bei diesem stringenten einen Motiv und setzt nicht zu viele verschiedene andere hier ein. Weil sonst will die, glaube ich, ein bisschen viel und es wird dann, fängt dann an, verwirrend zu werden. Aber ich bin mal, also ich bin noch gut für Dinge und, äh, bin mal gespannt, wie die nächsten Bände sich so lesen lassen. Dann kommt jetzt ein Solo-Leveling-Double-Feature. Da kam der eine Band in dem einen Monat und der andere in dem anderen Monat. Und, ähm, endlich natürlich der fünfte Band vom Solo-Leveling, von der Manuar-Fassung, ähm, die hat sich ja jetzt auch eine ganze Zeit verschoben gehabt, aufgrund der Papierknappheit. Aber eigentlich halt weniger bei dem Band, sondern wegen der Box. Ich hatte überlegt, ob ich mir die Box hole, natürlich, aber ich hatte mich dann jetzt aktuell doch dagegen entschieden. Ähm, hier ging's jetzt, also es ist eigentlich alles vom Re-Evaluation-Arc. Also, er, die ersten Teile, als sich, ähm, Jin-Mu diesen, diesen Team von den Hunters anschließt, um diese beiden Bergungsmissionen durchzuführen, wo die zweite ja fürchterlich schief geht und Jin-Mu die dann alle retten muss, sonst wären die alle tot. Und der andere Teil halt, die Re-Evaluation selbst, was immer, ja, was eine coole, finde ich auch eine coole Sache ist, weil halt dieser, dieser Eingebildete, der jetzt die ganze Zeit die Aufmerksamkeit für sich will, aber dann kommt dann halt Jin-Mu als S-Rank einfach da raus und stiehlt halt die ganze Aufmerksamkeit, ist immer sehr, sehr witzig. Und, ja, war auf jeden Fall, äh, war auf jeden Fall wieder ein super Band. Aber dadurch, dass ich jetzt schon voran bin mit der Story, auch schon weit voran, ist es halt, also man hat nicht mehr ganz so viel Neues, logischerweise, weil ich ja die, äh, Novel-Fassung jetzt schon gelesen habe, aber es ist trotzdem immer schön, sich das auch mal noch so in Farbe und Bild, äh, anzusehen. Und unabhängig davon, welche Fassung von Solo-Leveling ihr lest, äh, lest eine, denn, oder lest beide, am besten, denn, äh, hervorragend. Und dann sind wir auch natürlich schon bei der Web-Fassung, äh, bei der Novel-Fassung meine ich. Band Nummer 6, also hier zwei Bände nur noch bis zum Ende, sind also schon deutlich weiter. Und hier ist es jetzt so, dass dieser, ähm, gut, reinblättern brauche ich eigentlich nicht, dass dieser, äh, ARC angefangen hat mit der Welt-Gilden-Konferenz in Amerika. Amerika hat ja zwei National-Level-Hunter, ähm, vorher sollte ich vielleicht dazu sagen, äh, weil es ging dann doch auch schnell, hat Jimmu diese ganzen Riesen besiegt, logischerweise, äh, in Japan, da ist er irgendwie Japans nationaler Held geworden. Und da hat er einen weiteren Monarchen kennengelernt. Und es ist jetzt so, dass diese ganzen Monarchen halt, ähm, langsam ins Spiel kommen und die sich halt ja als Gegenkraft zu diesen Herrschern positionieren. Wobei man sagen muss, also ich hab so den Eindruck, die Herrscher sind eigentlich, ähm, das wären sozusagen die Hunter. Und dadurch, dass Jimmu aber halt von diesem System auserwählt wurde, äh, ist er halt irgendwie auf der, man könnte sagen, in Anführungszeichen bösen Seite gelandet, wo man, wo man sagen kann, das ist nicht halt auf der Seite der Monarchen. Wobei man natürlich wahrscheinlich sagen kann, das ist nicht so eindeutig, was gut und böse ist. Ähm, und da haben wir dann auch noch einen relativ, ja, unerwarteten, auch recht schweren Todesfall zu verkraften. Das war auch nicht, nicht ohne. Und dann halt bei dieser National, äh, bei dieser Hunter-Konferenz in Amerika, da geht's dann halt richtig rund, weil, äh, dann dieser eine, Dong Dong Soo Kwan, war's, glaub ich, sein Name, der, ja, seinen Bruder, wo Jimmu ja seinen Bruder getötet hatte, ähm, weil der die ja alle verraten wollte und alle umbringen wollte, hatte er keine andere Wahl. Und der hat dann Jin Ho entführt und da ist Jimmu halt richtig ausgetickt. Und hat dann bald einen der beiden, also beziehungsweise bei dem anderen National Level Hunter da ist vorher schon was passiert, äh, was mit diesem Monarchen eben zu tun hatte. Und den anderen beiden dann fast, fast ins Jenseits geschickt. Also so stark ist auf jeden Fall Jimmu schon. Und da hat das erste Mal so wirklich die Kontrolle verloren, eigentlich. Ähm, natürlich aus, aus sehr lauteren, sehr guten Motiven, aber, äh, ja, auf jeden Fall nicht, nicht ohne. Da war das erste Mal so wirklich emotional. War ein sehr cooler Band und ich bin hier sehr gespannt, weil man, ich denke, man merkt langsam, dass das Richtung Ende geht. Äh, wie das letztendlich ausgestaltet ist. Ich weiß, das Ende war ein bisschen, hm. Ich glaube, ich habe auch schon ungefähr gehört oder ich habe ungefähr eine Ahnung, was passieren wird. Es ist nicht mein Favorite Ende wahrscheinlich dann so in die Richtung. Aber, ähm, ich denke, es ist akzeptabel. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und, äh, bin auch interessiert daran, ob eventuell die Novel-Fassung und die Webtoon-Fassung ein oder kleinere Änderungen sozusagen im Ende haben werden. und ob sich da vielleicht, ja, eben, wie gesagt, noch was, noch was anderes ergibt. Dann sind wir beim letzten Manga von Ultraverse und das ist der siebte Band von Küsse und Schüsse. Da werde ich jetzt nicht reinblättern, weil da war es recht schwierig, unverfängliche Szenen zu finden. Es ist ja so in der, äh, vorherigen, äh, Geschichte, dass der Toshiyomi ziemlich, äh, ausgetickt ist, als er halt Yuri und ihren alten, ja, Schulfreund oder Kindheitsfreund da gesehen hat, weil der war ja so besitzergreifend und er wollte unbedingt halt, ja, Yuri befreien und, obwohl Yuri überhaupt nicht befreit werden wollte. Und, äh, das ging ja dann ziemlich übel aus für den, aber die haben sich dann irgendwie nochmal, also, sag mal so, die sind nicht mehr, die haben sich irgendwie ausgesprochen, in Anführungszeichen. Ähm, aber da ist jetzt keine krasse Animosität mehr, äh, dahinter. Und ich glaube, groß eine andere Handlung gab es dann eigentlich auch schon gar nicht mehr. Also, da ging es dann mehr so um das Zusammenleben halt von den beiden, von Yuri und Toshiyomi. Äh, aber war auch wieder ein guter Band. Also, war auch nicht ganz so fake-dramamäßig, wie ich befürchtet hatte. Also, der war eigentlich ganz okay noch gelöst. Und, ja, auf jeden Fall, also, wenn man, wenn man Spaß an der Serie hat, dann macht man damit nichts falsch. Also, so mit dem generellen Typ. Ähm, und, ja, also, für zwischendurch finde ich die eigentlich immer wirklich ganz nett. Dann sind wir beim MangaCard. Da habe ich zwei neue Serien, von denen ich auch zu zwei Serien schon einen Ersteindruck gemacht habe und euch dann jeweils auf das Video verweisen würde. Ähm, und der erste ist Soloist in a Cage, ein Dreibänder, ähm, sozusagen im, ich weiß nicht, Action, Action-Bereich, Action-History. Äh, da geht es um ein kleines Mädchen, Chloe, die sich um ihren Bruder kümmert in einer Welt, die halt, ähm, ja, sie ist halt in einer Stadt aufgewachsen, die ein einziges Gefängnis ist. Ihre Eltern wurden halt dann sozusagen als Verbrecher verurteilt. Und die haben die beiden irgendwann alleine gelassen. Und die werden dann nur noch von ihren Nachbarn versorgt, die allerdings sich vorgenommen haben, zu fliehen. Und, ja, Chloe ist halt, möchte halt unbedingt für ihren Bruder halt, dass die beiden irgendwie rauskommen aus dieser Stadt und weiterleben können. Und beschließt sich dann, beschließt dann, sich dieser Flucht anzuschließen. Wo, wo es allerdings dann passiert, dass Chloe und ihr Bruder getrennt werden. Und Chloe schafft das halt tatsächlich, mit diesen beiden, oder mit diesen Dreien zu fliehen. Während halt ihr Bruder zurückbleibt. Und sie lässt sich dann zu einer Art, ja, Mörderin, Soldatin ausbilden. Und kehrt dann elf Jahre später zurück in diese Stadt, um eben ihren Bruder zu suchen. Also ein ziemlich brutaler Manga. Wirklich sehr kompromisslos. Chloe, die sich halt, also die halt wirklich diese Liebe für ihren Bruder hat, aber die fast schon sozusagen aus Fanatismus nur noch vorangetrieben wird. Und sich irgendwie alle Emotionen, ja, hat abtrainieren müssen. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das ist sehr cool. Man will immer wissen, wie es weitergeht. Der Zeichenstil ist ja nicht für jeden was. Ich habe euch ja jetzt schon ein paar Einblicke gegeben. Aber wenn ihr prinzipiell auf solche Szenen steht, mit solchen Zeichenstilen und Richtungen, dann seid ihr hier sehr, sehr gut aufgehoben. Und dann sind wir noch bei der zweiten neuen Serie. Und das ist Love of Kill von Faev. Da geht es um die Kopfgeldjägerin Chateau Denkwolf. Die ist halt eher so ein bisschen, also sie redet nicht viel, ist eher so ein bisschen ein kühler Typ. Und die soll eines Tages, oder die trifft eines Tages auf den Auftragskiller Ryong Ha Song. Und ja, in einem Duell zieht sie halt den Kürzeren. Und er ist halt halt mega stark und auch schon als sehr, sehr kaltblütig verschrien. Zeigt aber irgendwie Interesse an ihr. Und die beiden, ja, treffen sich dann halt immer wieder oder sind halt immer wieder in ähnlichen Situationen einander ausgesetzt, kann man sagen. Und er versucht dann immer so ein bisschen sie anzugraben. Aber sie hat ja diese komplette kalte Persönlichkeit und findet ihn eigentlich irgendwie nur nervig. Und dann sah es irgendwie immer so aus, dass ja wahrscheinlich bald der Auftrag für sie lauten wird, dass sie ihn zur Strecke bringen muss. Obwohl er natürlich sehr, sehr stark ist und es sehr schwierig ist. Ich habe ja gesagt, ich fand diesen Band ein bisschen, ja, er hatte für mich mehr Comedy-Anleihen, als dass ich ihn wirklich ernst nehmen konnte. Weil den beiden Protagonisten irgendwie die Mimik und Gestik so ein bisschen fehlt durch die Typen, die ihnen halt ja zugeschrieben sind. Aber da verweise ich euch eben auch nochmal auf dieses Video. Da könnt ihr euch den kompletten Ersteindruck nochmal anhören. Ich werde mir hier, denke ich mal, noch ein, zwei Bände kaufen, um zu sehen, wie die Serie halt fortgesetzt wird. Aber es war für mich ein bisschen schwierig, mich da reinzudenken, in dieses Szenario das so ernst zu nehmen und mit den Charakteren halt irgendwie was anfangen zu können, weil die halt, fand ich, noch nicht so viel eigene Persönlichkeit haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das ist bis jetzt so, wo ich sage, hm, ich weiß noch nicht, wie gut ich den finde. Und aber, ja, ich warte mein Urteil mal noch ein bisschen ab. Und beim Rest von MangaCard gibt es als erstes noch A Man and His Cat Nummer 5. Da habe ich beim Lesen festgestellt, ups, dir fehlt ja Band Nummer 4. Wusste ich noch nicht. Das ist ja auch einer dieser Titel, die schon recht stark so von den Verschiebungen betroffen sind. Das heißt, da kommt mal drei Monate kein Band und dann jeden Monat einer. Und so habe ich wahrscheinlich verpasst, den einen zu kaufen. Ist natürlich, weil es episodische Kurzgeschichten sind, nicht ganz so tragisch. Aber das war zum Beispiel eine Geschichte, die sich durch den ganzen Band mehr oder weniger gezogen hat. Da hätte man das schon gemerkt. Und ich habe auch irgendwie gedacht, irgendwas fehlt. Also irgendwie sollte jetzt gerade was anders kommen. Aber naja, war auf jeden Fall, konnte man den Band aber trotzdem gut auch einzeln lesen. Aber ich muss mir jetzt ganz schnell Band Nummer 4 holen. Der war wieder so unglaublich traurig und rührend. Das war schon wieder schlimm. Da geht es mich darum, dass Fukumaro hat halt eine verwahrloste Katze gesehen und wollte der halt irgendwie zu Hilfe kommen. Und bei dem Versuch dessen hat er sich aber irgendwie verlaufen. Und ja, Herr Kanda hat den halt dann nicht gefunden. Und die haben dann halt einen Suchtrupp zusammengestellt, um halt in der Nachbarschaft Fukumaro zu suchen. In der Zwischenzeit hat der Herr Kanda allerdings diese Ausgesetzte oder beziehungsweise diese Katze gefunden, die andere, die sich verlaufen hatte, die Fukumaro eigentlich retten wollte. Und die haben sie wieder zu ihrem Besitzer zurückgebracht. Und es war schon auch wieder sehr, sehr schön und herzerwärmend. Und dann am Ende haben sie natürlich auch Fukumaro wieder gefunden. Und das war, ja, es war sehr schön, aber wirklich auch sehr traurig, berührend. Also nicht so einfach. Genau. Und da gab es mich auch eine schöne Lehre im Prinzip am Ende. Und zwar, Herr Kanda war ja auch immer jemand, der auch eher ein einsamer Typ war. Aber durch diese Katze hat er halt schon so viele Menschen kennengelernt, dass er halt auch, ja, er ist halt nicht mehr allein. Ich glaube, das ist ihm dann irgendwann auch bewusst geworden. Und das war schon wieder, das war sehr schön. Dann gab es endlich mal wieder ein Band von Blue Period Band Nummer 10. Und hier ging es vor allen Dingen um zwei Sachen. Einmal das Verhältnis von Jotaske und Jeterow, was ja ein bisschen angeschlagen war, beziehungsweise auch die Frage, warum Jotaske zeichnen möchte. Ob er Freude an der Malerei hat, ob es irgendwas ist, was er nur macht, weil er es halt gut kann. Und er hat auch immer so ein bisschen Probleme damit, wie seine Eltern, seine Mutter ihn sehen. Sie ihm halt noch, sie ihm halt irgendwie nicht so viel zutrauen und, ja, ein bisschen schwieriges Verhältnis auch haben. Auf der anderen Seite halt diese Abschlussarbeit des ersten Studienjahres Malerei, die Jotaske vor, ja, sozusagen schöpferische Probleme stellt, wo er sich auch mal wieder fragt, ja, warum er eigentlich zeichnen möchte, warum er sich für diese Profession und diesen Weg entschieden hat. Und, ja, aber er hat dann, glaube ich, ein paar ganz gute Einwände und, ja, die beiden kommen sozusagen auch ihre, also setzen sich mehr damit auseinander, was sie eigentlich wollen und sind da auch recht erfolgreich. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Der Band hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Und, ja, ich finde die Geschichte wirklich super. Also, mir gefällt es wirklich immer, wenn ich da ein Band lesen kann. Und, ja, weil das auch mal ein ganz anderer Vibe ist halt. Auch wirklich ein bisschen, ja, recht anspruchsvoll, kann man durchaus sagen. Und aber sehr nah am Leben geschrieben. Und das finde ich wirklich schön. Dann ein Band, den ich leider noch nicht gelesen habe. Und das ist Demon Slayer Band Nummer 14. Das war der, der auf meinem Lesestapel ganz oben lag. Aber habe ich leider noch nicht lesen können. Ich bin aber mal, ja, hier auch sehr angetan. Wird sicherlich auch ein guter Band sein. Dann haben wir den 16. Band von Golden Kamui. Da habe ich jetzt so mal überlegt, was da eigentlich an Handlung passiert ist. Und ich glaube, es war nicht so viel, weil es halt immer noch eigentlich mehr darum geht, dass halt diese zwei verschiedenen Grüppchen sich verfolgen durch erst halt, also jetzt in dem Fall durch Sachalin, also durch den russischen Ainu-Teil. Und da hat man noch ein bisschen was erfahren zur Vergangenheit von Kiro Ranke. Aber sonst war da auch recht viel Comedy dazwischen. Und ja, einfach auch diese ganze Ainu-Kultur Sachalin. Deswegen nicht ganz so viel Fortkommen in der Handlung. Aber ich finde halt trotzdem auch wieder ein sehr cooler Band. Und wie gesagt, eine wirklich coole Serie, die ich auch nur wärmstens empfehlen kann, die mit diesem Historic-Action-Mix auch was ist, was man nicht immer bekommt und ja, die wirklich auch ein bisschen was anders macht. Und dann sind wir beim allerletzten Manga für dieses Update. Ein Manga von einem neuen Verlag. Auch zudem habe ich in diesem anderen Video schon mal was gesagt, also zu diesem Ersteindrücke-Video und würde euch auch dementsprechend darauf verweisen. Und das ist natürlich die Ballade von den Himmelsstürmern, der erste Band von China Books. Und ja, der war auch hervorragend. Der hat mir wirklich mega gut gefallen. Diese Zeichnungen sind so toll. Also da kann man sich halt wirklich so richtig toll in diese Geschichte einfinden. Und die kommt halt so richtig atmosphärisch rüber. Und ich habe da ja gesagt, dass mir das mehr, also weniger wie ein Manga, mehr wie ein Märchen vorkommt. Also ja, also ich finde den super, super toll. Da geht es ja um zwei Zwillinge, die dem Kaiser geboren wurden. Und ja, das eine ist halt ein Mädchen, das mit einem sechsten Finger an der Hand zur Welt gekommen ist und damit irgendwie als verflucht gilt und vom Kaiserhof verstoßen wird. Und das andere ist ein Junge mit sehr, sehr starken spirituellen Kräften, der gleich mal von ein paar Großmeistern sozusagen, Großmeistern der, ja, der geistigen Lehre einfach entführt wird, mehr oder weniger, und halt, ja, dann bei diesen aufwächst. Und unsere kleine Prinzessin hat aber auch Glück. Sie wächst dann bei einem ehemaligen Kampfkunstmeister auf und lernt halt von ihm so ein bisschen, ja, also die Kampfkünste und eben auch so ein bisschen, auch so dieses geistige Training so ein bisschen. Und damit schaffen das die Zwillinge irgendwann miteinander zu kommunizieren über diese geistige Ebene. Dann gibt es allerdings in ihrer Welt einen recht krassen Plottus und sie muss dann halt versuchen, ja, sich erstens dort zur Wehr zu setzen und dann auch, möchte sie auch Rache üben. So viel mal zur Geschichte. Wie gesagt, im anderen Video erzähle ich noch ein kleines bisschen mehr, aber ich war sehr, sehr angetan von dem ersten Band und hoffe, dass die anderen uns schnell erreichen. Und ja, das war jetzt also mein ganzes Update für diese zwei Monate. Zehn Manga ungefähr pro Monat, was ich recht anständig finde. Sehr viele Großformate, wie man sieht. Also ich sammle so viele Großformatserien. Das ist ein bisschen, das ist schon nicht so ganz einfach. Aber ja, auf jeden Fall eine Menge tolle Sachen und ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die nächsten Monate und die ganzen weiteren Fortsetzungsbände hauptsächlich zu sehr, sehr vielen coolen Serien. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder euer Abo da. Und ihr könnt mir auch gerne wieder in die Kommentare schreiben, was eure Neustarthighlights aus den letzten beiden Monaten waren. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.